Was war das? Welkom? Welkom an Bord! 27.07. Mittagszeit. Die beiden Schrebsen wollen mit dem Onkel Damm segeln. Und Sue kommt auch noch mit. Jaaaa! Holz von Polen gibt alles! Jetzt komm mal zu mir, Jule! Nein! Jule, komm zu mir! Nein! Nein! Jetzt, Sue an der Pinne! Der Kunsch erkennt den Weg! Der Kunsch erkennt den Weg! Der Kunsch erkennt den Weg! Sie muss sich von ihrer schweren Tätigkeit ein Schiffsgebar erholen. Ja! Muss auch sein! Bitte was? Ja! Dieser Fern ist hier kaum auf, oder? Nee, nee! Ja! Müll? Ja! Wer sitzt da an der Pinne? Wer sitzt an der Pinne, Jule? Nee! Und segelt, nee, fährt uns durch den Eisensohn! Ja! Ja! Hat sie toll gemacht! Und nicht gegen die Tonne! Und nicht gegen die Tonne wie Onkel Tom! Ja! Oh! Nee! Ja! 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 Man kann nicht nicht sehen! So, ich habe das jetzt mitgeschnitten, mit der Tonne. Das habe ich gesehen. Also Karin ja. Karin hat sich hier auch mal Tage nicht getrunken. Ihr Name ist Sampfote. Sampfote. Sie tanzt, oh mein Gott. Hallo. Hallo. Knatschen. Das sieht auch gut aus. Da habe ich dich im Schatten und rechts von dir jetzt die Sonnenuntergang. Das ist jetzt hier. Wenn ich mich nach. Ich habe hier noch welche Hürstel und soat. Ich habe da noch welche Hürstel. Oh mein Gott. Mann. 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 Vielen Dank.